Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu Jagd auf Rang 1 in der 20. Saison. Es geht wieder los und wir versuchen auch natürlich dieses Mal den ersten Rang zu erreichen. Wir sind diesmal mit dem amerikanischen Premium Schlachtschiff auf Stufe 5 der California unterwegs. Es wird natürlich wie gewohnt drei Gefechte pro Folge geben. Und wir schauen uns kurz mal an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze einmal Flakgeschütze Mod 2, was natürlich super ist. Mehr Feuerreichweite, der starken Flugabwehr. Und im zweiten Slot nutze ich Schadensbegrenzungssystem Mod 2, um einfach weniger anfällig gegen Brände zu sein. Und als Kapitän nutze ich den William Sims mit der Basisfähigkeit langlebig. Und geskillt habe ich einmal Flambierter, Kanonier, Kreuzweise, Treffsicherheit. Dann haben wir Streckenrekord in XXL. Als legendären Skill nutze ich Wille zum Wiederaufbau. Und bei den Inspirationen nutze ich den Paolo Di Rivel und den Andrew Cunningham. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Mehr Enge im Herrschaftsmodus. Mit dabei der JC Gameplay. In der Weser hier. 5 gegen 5. Ein Zerstörer. Drei Schlachtschiffe. Ein Flugzeugträger pro Team. Normalerweise spiele ich ja in den meisten Saisons wirklich selber den Zerstörer. Aber da es in dieser Saison die Möglichkeit gibt, quasi mit Flugzeugträger zu spielen. Und der JC gerne Flugzeugträger spielen möchte. Habe ich mir gedacht, die Aufklärung kriegen wir sowieso vom Flugzeugträger. Da braucht man nicht zwangsweise einen Zerstörer. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn man das so sieht in den gewerteten Gefechten. Meistens, wenn der eigene Zerstörer draußen ist, gibt es halt kaum Möglichkeiten, den feindlichen Zerstörer aufzuhalten. Weil er halt sehr, sehr schwierig aufzuklären ist. Und dort ist natürlich der Vorteil bei den Flugzeugträgern. Dort sind sozusagen die Zerstörer ein bisschen besser ersetzbar. Und daher habe ich mich auch entschieden, hier in der Saison zumindest mit einem Schlachtschiff zu starten. Ob wir damit durchziehen, schauen wir mal wie es läuft. Aber generell sind natürlich auf Stufe 5 die Schlachtschiffe schon ziemlich overpowered. Stärkste Klasse mit Abstand auf jeden Fall auf Stufe 5. Und gerade die Kalifornia mit der starken Flugabwehr ist natürlich dort super aufgehoben in den Runden mit Flugzeugträgern. Klar wird es der feindliche Flugzeugträger eigentlich immer schaffen, dort Abwürfe sozusagen zu schaffen und auch Schaden gegen uns zu machen. Aber er wird auf jeden Fall einige Flugzeuge dabei verlieren, definitiv. So, unsere Fubuki fährt schon mal Richtung Mitte. Wir versuchen uns auch Richtung A zu orientieren. Ich versuche auf jeden Fall hier mit meinem Schiff eine relativ zentrale Position bei A zu erreichen, um dort einfach meinen eigenen Team halt auch den Flugschutz sozusagen, den Feuerschutz zu geben. Wir haben jetzt hier auch eine Ismail bei uns im Team. Bei Ismail ist es halt immer so ein bisschen kritisch. Ist auf jeden Fall auch ein Schiff, was ich ja empfohlen habe in der gewerteten Saison. Aber die Ismail ist halt wirklich schwierig zu spielen, weil wenn man dort einmal Breitseite im falschen Moment zeigt, dann kann halt das halbe Schiff weg sein. Und das ist natürlich alles andere. Wie gut, daher hoffe ich, dass unser Schlachtschiff hier das Ganze gut anstellt. Interessanterweise zwei von den feindlichen Schlachtschiffen versuchen dort zu flankieren. Leider hier auch unser Zerstörer schon fast draußen. Das ist natürlich nicht unbedingt der beste Start in die Saison. Und ja, genau das meinte ich. Ich glaube die Warspile war es dort oder die Bayern. Leider unsere Ismail dort schon halb draußen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Versuchen jetzt hier auch unseren Zerstörer ein bisschen Teuerschutz zu gewährleisten. Wir fließen auf die Warspile hier. Ein anderes Ziel haben wir sowieso nicht. Warspile macht es aber gut. Dreht hier rein. Jetzt haben wir auch die ersten Flugzeuge hier endlich abgeschossen. Liegt uns hier sogar diesmal an. Aber wie ich gesagt habe, wir werden natürlich ein bisschen Schaden kassieren. Da ist der Zerstörer. Da schießen wir natürlich auch drauf. Gerade nachgeladen. Als Schlachtschiff. Sollte man natürlich immer auf die feindlichen Zerstörer schießen. Schöner Treffer hier. Damit haben wir schon den Zerstörer hier halb runter geschossen. Wobei unser natürlich nochmal deutlich weniger Leben hat. Gut ist. Die Fubuki kommt jetzt hier in unsere Nähe. Dementsprechend können wir der Fubuki hier guten Schutz gewährleisten. Ich hoffe, dass wir hier noch einige Flugzeuge abschießen können. Versuchen jetzt hier nochmal über die Insel auf den Zerstörer zu gehen. Der Zerstörer hat natürlich Priorität. Wir treffen hier nochmal mit zwei Granaten. Und in der Zwischenzeit unsere Flugabwehr hier die nächsten drei Flugzeuge abgeschossen. Ich habe mich übrigens auch entschieden, nicht extra auf Flugabwehr zu skillen. Weil einfach die Kalifornia-Flugabwehr einfach gut genug ist. Dementsprechend sind wir hier voll auf Genauigkeit. Und ein bisschen Nachladezeit. Um dort auf jeden Fall gut was rauszuholen gegen andere Schiffe. Und die Flugzeuge, die wir abschießen, ist halt so nebenbei ganz nett. Nehmen wir gerne mit. Lidertreffer hier gegen die Bayern. Und ja, damit ist die Ismail leider hier auch schon draußen. Zweimal hat er Breitseite zur Warspite gezeigt. Das war nicht schön. Hat sich die feindliche Warspite aber auch wirklich gut positioniert. Kommen hier nicht wirklich auf die Dunkirk. Warten daher, dass die Bayern hier vielleicht die Drehung startet. Und Flugzeugträger hat es sogar gerade auf uns abgesehen. Was auf jeden Fall sehr gut ist für unser Team. Für meine Trefferpunkte natürlich nicht optimal. Aber mittlerweile haben wir auch schon 13 Flugzeuge abgeschossen in der Runde. Und solange die Fubuki dort überleben kann, ist es auf jeden Fall sehr gut, dass wir hier angeflogen werden. Das Problem ist halt, dass der feindliche Zerstörer mittlerweile das B-Cap einnimmt. Und unsere Fubuki natürlich zu wenig Trefferpunkte hat und auch zu weit weg ist, um dort was zu verteidigen. 10.000 jetzt hier nochmal gegen die Dunkirk und den Turm ausgeschaltet. So, Fubuki muss dort auf jeden Fall sehr aufpassen. Bayern versucht sich zurückzuziehen vom Gegner. Versuchen dort auf jeden Fall nochmal drauf zu schießen. Wäre auf jeden Fall ziemlich gut, wenn wir die Bayern dort rauskriegen mit der Salve. Weil sonst zieht er sich zurück und haltet sich noch ein paar Mal wieder hoch. Und kommt dann mit halbem Leben wieder. Sehr schön. Damit haben wir die Bayern draußen. Leider haben wir jetzt auch unseren Zerstörer verloren. Und unser Dunkirk fährt hier leider breitseitig zu Warspite. Das Gegnerteam hat hier wirklich ein gutes Kreuzfeuer, muss man dazu sagen. Wir versuchen jetzt hier unser Heckgeschütz mal für die Warspite zu verwenden. Vor dem Zerstörer müssen wir aktuell hier keine Angst haben. Der ist auf jeden Fall noch nicht ansatzweise in Torpedo-Reichweite. Und Geschütz können wir hier für die Dunkirk nutzen. Reiten hier wieder den Turm aus. Das ist super. Okay, unsere Dunkirk, warum auch immer. Dem war er noch fast voll. Jetzt ist er fast tot. Ich weiß nicht, ob die Warspite dort wieder einen guten Treffer gelandet hat. Ich vermute es fast. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich hoffe, unsere Dunkirk kann dort noch überleben. Flugzeugträger kommt wieder zu uns. Das stört uns nicht sonderlich. Wir versuchen jetzt hier erstmal die Warspite vielleicht herauszunehmen. Auch wenn wir jetzt hier 5000 Schaden kassieren. Warspite schießt jetzt auch auf uns. Er kriegt jetzt hier auch den Großkaliber. Also die feindliche Warspite hier maßgeblich am Schaden beteiligt. Hat wahrscheinlich, ja, fast unsere gesamte Ismail bekommen. Denn hier auch die Dunkirk zum großen Teil. Und ich weiß nicht, ob er dort auch was gegen Zerstörer noch bekommen hat. Ausschließen würde ich es nicht. Muss auf jeden Fall drauf geschossen haben, weil sonst hätte er das Großkaliber nicht bekommen. Dort muss man ja vier verschiedene Schiffe beschädigt haben. Haben jetzt hier gerade versucht, die Hopp-Batterie auszuschalten. Leider hat der Granat ein bisschen kurz gewesen. Dementsprechend viele Abpraller. Da ist der Zerstörer wieder aufgeklärt. Leider haben wir gerade nachgeladen. Das ist natürlich bitter. Beziehungsweise sind noch beim Nachladen. Flugzeugträger greift uns hier wieder an. Aber langsam wird es auf jeden Fall auch zum Problem. Da das Team von uns natürlich schon weggestorben ist. Versuchen jetzt hier nochmal auf die Icarus zu gehen. Die sich hier nebelt. Ich hoffe, dort können wir treffen. Treffen nochmal mit zwei Granaten. Wir haben, glaube ich, auch den gesamten Schaden, den die feindliche Icarus kassiert hat, haben wir, glaube ich, gemacht. Der JC versucht hier natürlich, den Zerstörer rauszunehmen. Allerdings die Icarus natürlich durch die vielen Nebelerzeuger relativ gut geeignet dafür, um das Ganze rauszuzögern. Und ja, es wird hier auf jeden Fall sehr, sehr eng. Wir schießen natürlich das eine Flugzeug nach dem anderen ab. Haben hier schon fast die 30 Flugzeuge in der Runde abgeschossen. Nebenbei auch noch gut Schaden gemacht. Großkaliber gab es. Wichtigen Schaden, vor allem auch gegen Zerstörer gemacht. Aber gerade, dass unsere Ismay und auch die Dunkirk dort einfach ihre Trefferpunkte ein bisschen zu großzügig hergeschenkt haben, war es natürlich doch relativ schwierig. 13.000 hier gegen die Dunkirk mit drei Türmen. Leider hat die Dunkirk unser Frontgeschütz dort ausgenockt. Ich hoffe, dass der Flugzeugträger jetzt hier keine Flutung bekommt, weil wir unser Schadensbegrenzungsteam eben schon genutzt haben. Hat nicht mehr viele Flugzeuge, aber es reicht natürlich immer, um noch ein, zwei Torpedos abzuwerfen. Und ja, wir kriegen natürlich die permanente Flutung. Und nebenbei auch noch den zweiten Brand von der Dunkirk, Dunkirk von der Sekundär und der JC konnte leider auch nur mit dem Zerstörer traden. Und damit ist leider die erste Runde in der Saison verloren. Kann man nicht viel machen. Schade. 95.000 Schaden wurden es am Ende mit 67 Zieltreffern, 30 Flugzeuge in der Runde abgeschossen, drei Ausfälle, ein Schiff zerstört, eine Zitadelle, eine Eroberung unterstützt, fünf Sekundärtreffer, dann gab es Großkaliber und klarer Himmel. Schauen uns natürlich auch das Teamergebnis an. Hier knapp 1600 Basis-EP in der Niederlage können wir uns echt nicht beschweren. Auch wenn wir uns davon nichts kaufen können, dadurch, dass es die erste Runde in der Saison war, können wir natürlich auch keinen Stern sichern, weil wir noch keinen hatten. Und im Gegnerteam auf jeden Fall die Icarus, gut gespielt und auch gerade die Warspite dort richtig gut gespielt. Sehr viel Schaden gemacht gegen unsere Schlachtschiffe, gegen die Dunkirk und Ismail. Dort hat er wahrscheinlich allein gegen die zwei fast 100.000 gemacht. Das hat natürlich schon hier den Unterschied gemacht. Allgemein die feindlichen Schlachtschiffe haben auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht gemacht, gerade mit dem Kreuzfeuer. Zwei Stück über die Flanke, wobei dort die Bayern eigentlich nicht viel gemacht hat. Aber dennoch war es natürlich gefährlich und unsere Schlachtschiffe haben quasi dadurch halt zu viel Breitseite zur Mitte gezeigt. Und dann war es halt relativ früh leider schon entschieden. Schauen uns nochmal den Wirtschaftszweig an. 289.000 Kreditpunkte, wenigstens Profit gemacht mit einem einfachen Booster. Und dann gab es etwas an Erfahrung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins zweite Gefecht für diese Folge. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Archipel im Herrschaftsmodus. Ein Zerstörer in der Runde, ein Kreuzer diesmal wenigstens, zwei Schlachtschiffe, ein Flugzeugträger. Der Flugzeugträger ist natürlich garantiert, da wir natürlich mit einem Jaycee in der Division spielen und er jetzt auch mal ja, die Furious ausprobiert. Gucken wir mal, ob ihnen die besser gefällt. Ich habe ja auch bei meiner Schiffsvorstellung gesagt, dass halt eigentlich fast alle vier Forschungsbaumflugzeugträger hier ihre Daseinsberechtigung haben in den gewerteten Gefechten, weil wirklich jeder irgendwie einen Vorteil hat. Dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr stark. Und ja, ich würde sagen, wir fahren hier auf jeden Fall Richtung C. Sieht so aus, als wenn unser Zerstörer dort auch mitkommt. Schauen wir mal, dort ist auf jeden Fall schon mal der Flugzeugträger. Ich hoffe, wir können vielleicht wieder das eine oder andere Flugzeug abschießen hier. Gucken wir mal, ob sich der Flugzeugträger ertraut. So, da haben wir schon mal die West Virginia entdeckt. Dort schießen wir natürlich schon mal drauf. Solider Treffer hier für die Entfernung. 8.000. Können wir uns nicht beschweren und geben hier auf jeden Fall auch nebenbei unserem Zerstörer ein bisschen Flugabwehr. Drei Flugzeuge haben wir schon wieder abgeschossen in der Runde. Und können hier direkt noch mal auf die West Virginia schießen, die hier noch munter Richtung A fährt. Schön breitseite. Uh, diesmal hat es auf jeden Fall richtig gescheppert hier. 17.000. Noch mal hinterher. Also schon, ja, mit zwei Seifen. Die Hälfte von der West Virginia draußen. Das ist auf jeden Fall wieder ein solider Start hier. Können wir uns nicht beschweren. Versuchen jetzt hier noch mal über die Inseln so ein bisschen rüber zu kommen. Die meisten Granaten bleiben aber leider im Berg hängen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt was rübergekommen ist. Ja doch, ein Abpraller kam an. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall den Zerstörer vor uns, der relativ isoliert ist, weil sein gesamtes Team inklusive Flugzeugträger fährt Richtung A, wie es aussieht und mit der Aufklärung vom JC können wir hoffentlich dort ein bisschen was machen. Feindlicher Flugzeugträger macht das auch gut. Fokust hier unseren Zerstörer. Wenn man den feindlichen Zerstörer natürlich früh rausnehmen kann, ist es natürlich immer doch eine gute Möglichkeit, die Runde relativ frühzeitig zu entscheiden. Seiwe ist draußen. Und schöner Treffer hier. 7.000 Schaden gegen die T61 gemacht, glaube ich, waren es ungefähr. Sehr, sehr nice. Und unsere Mahan sollte jetzt eigentlich im 1 gegen 1 problemlos den Zerstörer rausnehmen können mit dem Vorteil der Trefferpunkte. Dadurch, dass wir hier natürlich in der Nähe vom Zerstörer auch sind, wie gesagt, hat er auch guten Schutz von unserer Flugabwehr. L ist dort leider ein bisschen zu weit weg. Da kamen die Torpedos. Sehr schön. Brauchen wir uns nicht vor fürchten. Sehen vielleicht nochmal unsere Frontgeschütze in die Nebelwand. Falls er dort aufgeklärt wird. Und da ist er auch schon aufgeklärt. Die sind natürlich drauf. Und ich denke mal, das sollte der Kill sein. Erstes Blut. Feindlicher Zerstörer ist draußen. Sehr, sehr gut. Und unsere Mahan kann natürlich jetzt hier auch problemlos das C-Cap einnehmen. Und das sollte eigentlich schon hier den Grundstein für den Sieg in der Runde gelegt haben, weil jetzt wird es natürlich besonders schwierig für das Gegnerteam zurückzukommen. Ähnlich wie die Runde davor für uns, nachdem unser Zerstörer draußen war. Ist es natürlich schwierig an die Cap-Punkte ranzukommen. So, Dunkirk hier noch hinter der Insel. Eventuell können wir dort rüber schießen. Können wir einfach mal testen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Verlieren zwar jetzt hier leider unsere New Mexico auf der anderen Seite, aber das ist halb so wild. Sind sogar rübergekommen. Leider aber nur 4.500 Schaden, aber der JC hat den Angriff auch gestartet gehabt und konnte dort den Rest rausnehmen. Sehr, sehr gut. So, wir könnten natürlich jetzt hier in die Mitte reinfahren, allerdings würde ich jetzt hier gerne schon versuchen, ein bisschen weiter zu flankieren. California ist natürlich nicht das schnellste Schiff, aber langsam, aber sicher kommen wir hier vielleicht bei der Insel vorbei und dann können wir vielleicht noch mal ein paar schöne Treffer auf die Gegner abliefern hoffentlich. Eigentlich hier West Virginia dort auch sehr, sehr defensiv gefahren, nachdem er ganz früh Hälfte vom Schiff gegen uns verloren hat. Ist er dort sogar außen an der Insel gefahren versuchen jetzt hier vielleicht mal die Dallas zu beschießen zwischen die Inseln durch versuchen wir hier einfach mal auch wenn einige Granaten hängen bleiben zwei Treffer immerhin besser wie nichts hier auf jeden Fall auch noch mal ein paar Flugzeuge hier wieder abgeschossen nutzen jetzt hier mal die Reparatur Mannschaft und da sehen wir natürlich den leckeren Flugzeugträger da wollen wir natürlich direkt drauf schießen nutzen dort auch den Aufklärer dann wahrscheinlich zu salve ist draußen gerade noch rechtzeitig hätten wir dort ein bisschen länger gewartet wäre zugegangen und treffen jetzt hier auch drei Zitadellen ich bin mir gar nicht sicher haben wir jetzt die drei Zitadellen gegen den Flugzeugträger gemacht oder vielleicht auch die Dallas die haben sich glaube ich gerade gerammt ok ich eine salve auf den Flugzeugträger zwei auf die Dallas zu schießen Dallas bremst leider ok leider nicht gut gezielt ärgerlich aber macht jetzt auch keinen großen unterschied ich war gierig wollte hier eventuell für den doppelschlag gehen aber der Flugzeugträger hat ja nicht mehr viel gemacht der JC hat hier noch den Rest abbekommen schließen wir hier nochmal auf die Dallas die Runde ist natürlich mittlerweile gewonnen 2000 hier nochmal gegen die Dallas Brand lassen wir ruhig ticken weil stört uns nicht sonderlich wenn wir gegen heilen machen wir auch mal direkt und ja wenn wir brennen ist es natürlich für die Dallas schwieriger dort mehrere Brände zu bekommen wenn sie die gleiche Stelle wieder trifft so gucken wir mal können wir die Dallas hier rausnehmen guter Treffer hier auf jeden Fall mit vier Granaten leider war er halt komplett breitseite dadurch hatten wir zwei Durchschläge aber die Dallas ist damit eh gleich draußen und die West Virginia push jetzt hier auch nochmal können wir vielleicht nochmal versuchen unsere abgeschütze zu splitten treffen hier auf jeden Fall nochmal die West Virginia die auch von unserem Mahan rausgenommen wurde und auch nochmal die Dallas und es gibt nochmal hier ein paar gratis Flugzeuge die nehmen wir natürlich auch gerne mit mittlerweile großkaliber hatten wir auch schon wieder erreicht und 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 runde ist natürlich hier gewonnen die Mahan gibt der Dallas den Rest und wir kriegen jetzt hier auch endlich den ersten Stern nice 85.000 Schaden wurden in der Runde mit 50 Ziel treffern 12 Flugzeuge abgeschossen ein Schiff zerstört 3 Zitadellen ein Cap verteidigt dann gab es erstes blut gegen den Zerstörer es war natürlich wichtig dort richtig gut Schaden auch insgesamt gemacht und das Großkaliber schauen uns das Team Ergebnis an hier auf jeden Fall nette Teamleistung definitiv deutlich besser auf jeden Fall wie in der Runde davor und im Gegnerteam Dallas bester Spieler schauen uns nochmal schnell den Wirtschaftszeug an 233.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde dann gab es noch etwas an Erfahrung und ich letzten Gefecht in dieser Folge hoffentlich können wir das Ganze hier nochmal gewinnen ein Zerstörer ein Kreuzer zwei Schlagschiffe ein Flugzeugträger im Gegnerteam und ja das Gegnerteam hatte auf jeden Fall eine relativ ähnliche Idee was die Division angeht würde ich mal behaupten ist natürlich auch eine gute Kombination starkes Flugabwehrschiff plus Flugzeugträger hat natürlich einen großen Einfluss und ja Gegnerteam hier mit der Gephard das ist gut für uns weil ich sag mal ein Zerstörer ohne Nebelwand in ein Flugzeugträger Spiel wo nur insgesamt fünf Spieler pro Team sind ist so ziemlich die schlechteste Wahl die man haben kann aber wir wollen es nicht verschreien nicht dass die Gephard jetzt hier fünf Kills macht und uns alle versenkt weil wir das angekündigt haben West Virginia fährt jetzt hier direkt rückwärts muss man jetzt nicht unbedingt machen würde ich sagen aber besser als früh zu sterben man muss die positiven Sache drin sehen Gucken wir mal die Isma ist natürlich hier ein leckeres Ziel eine breitseite aber auch hier die Exeter und ich würde sagen wir gehen hier auch mal direkt auf die Exeter 15 Kilometer Entfernung und ja die Salve sieht sehr gut aus nicht mal ein Aufklärer und 27.000 Schaden gemacht damit ist die Exeter fast draußen der JC ist dort auch gerade am Anfliegen haben ihn auch den Motor und JC hat glaube ich einen Brand drauf bekommen hat er mir erzählt dementsprechend sogar die West Virginia nimmt jetzt hier den Rest der Exeter raus sehr sehr nice das ist natürlich schon mal ein sehr sehr guter Runden Start viel besser geht es nicht California geht hier auf uns ist in Ordnung 5500 besser 5500 gegen uns als die Hälfte von unseren Breitseiten Kreuzer dort aber die Nürnberg hier auf jeden Fall in relativ schlechter Position die Ismail dort sehr gefährlich ich hoffe dass wir dort die Ismail vielleicht in der Breitseite hier erwischen können oh ja ja Aufklärer draußen oh das sieht gut aus das sieht richtig gut aus 50 1000 Schaden gegen die Ismail und der JC hatte auch schon die Torpedos draußen und damit ist die Ismail hier auf jeden Fall versenkt und wir haben jetzt hier den feindlichen Flugzeugträger direkt in Reichweite keine zweieinhalb Minuten die Runde alt und schon sechs Zitadellen hier und können jetzt hier nochmal eine zweite Salve raushauen mit verbesserter Genauigkeit wenn wir natürlich unseren Aufklärer hier gut getimt haben und nochmal guten Treffer hier fast 20.000 gegen die feindliche Furious sehr sehr nice ich glaube wir haben in der Runde viermal geschossen und fast 100.000 Schaden erreicht vielleicht waren es auch fünfmal ich bin mir nicht mehr ganz sicher nächste Salve ist draußen und die Furious dort natürlich relativ hilflos und Zitadelle und draußen ist die Furious und die Runde ist natürlich schon entschieden wir haben hier noch den Zerstörer übrig wir haben noch einen Flugzeugträger Gegner hat zwar auch noch den Zerstörer aber die Gephard kann dort sicherlich nicht viel machen denke ich mal oder auch schon ein bisschen nicht mehr gesehen eventuell fährt er dort Richtung ah ok da ist er ah geht jetzt hier zu versuchen doch dennoch zu schießen hatten leider nicht mehr den Lock ah jetzt geht er auf das ist bitter und ah schade nicht getroffen nicht getroffen verlieren jetzt hier auch unsere Fubuki aber dennoch sehe ich dort eigentlich keine große Gefahr dass wir die Runde noch verlieren wie gesagt die Gephardt muss hier einmal nur vom JC oder von mir getroffen werden und die California hat einfach nicht die Mobilität um dort alleine die Runde gegen drei Schiffe zu entscheiden gleich können wir hier auf die Gephardt schießen über die Insel ok nicht mal notwendig der JC trifft die Gephardt hätte aber gerne noch meinen Großkaliber vom Schaden her sind wir natürlich dicke schon in der Reichweite vom Großkaliber wir haben bloß nur drei Schiffe verschädigt wir hatten ja fast ich sag mal 90% von der Exeter bekommen vielleicht 70% oder ja 70% vom Flugzeugträger 90% von der Ismail das heißt wir müssen jetzt hier eigentlich nur noch die California einmal treffen egal ob Abpraller oder sonst was Overpen nehmen wir alles mit nebenbei nehmen wir ja auch noch das C-Cup ein warum nicht warum nicht und warten jetzt hier quasi drauf dass die California hier rum kommt leider hatten wir die Runde gar nicht so viel was die Flugabwehr angeht zu tun gehabt einfach aus dem Grund weil der feindliche Flugzeugträger natürlich auch nicht so lange am Leben war hatte halt nicht so ganz so viele Chancen uns anzufliegen so da die California rutscht langsam raus schießen auf jeden Fall mal und da ist auch unser Großkaliber 7000 Schaden gemacht hier winkeln hier natürlich ein bisschen an vermute mal die feindliche California wird dort ein bisschen mehr Spaß haben was zumindest die Flugabwehr angeht das Flugzeug abschießen der JC geht natürlich jetzt hier auf die California wird viele Flugzeuge dabei verlieren schießen jetzt noch mal aber wenn nichts anderes übrig ist dann ist es ja auch egal gerade vorne hier leider wieder rückwärts gefahren zögert das leider ein bisschen raus aber was soll's ja unsere West Virginia ist halt auch noch komplett voll also da kann eigentlich gar nichts mehr anbrennen klarer Himmel jetzt hier auch für die feindliche California war zu erwarten können jetzt hier leider nicht drauf schießen weil die California sich natürlich hier nicht mehr nach vorne traut weil er weiß wenn er dort noch mal einmal raus fährt dann ist er mit der nächsten Seife von mir draußen aber er wird auch so sterben die sekundär von der West Virginia reicht und wir haben die runde gewonnen und damit erreichen wir auch den sechsten rang sehr sehr schön ein paar belohnungen 118.000 schaden wurden es in der runde mit 38 zieltreffer zwei flugzeuge abgeschossen ein ausfall ein schiff zerstört acht zitadellen in der runde das war natürlich richtig richtig schnell und viel schaden was wir dort wirklich noch eine solo cap geholt und dann gab es noch das groß kaliber bauen uns natürlich auch das team ergebnis an hier wieder schöne leistung auf jeden fall für unseren team definitiv und im gegnerteam auf jeden fall auch die california nicht schlecht gespielt dort mit dem klaren himmel und auch dem b solo cap gucken uns nochmal schnell den wirtschaftszweig an 246.000 kreditpunkte Profit gemacht und dann gab es noch etwas an erfahrung so leute das soll es auch für die erste folge jagd auf rang 1 in der 20 saison gewesen sein rang 6 erreicht leider wie gesagt die erste runde in dieser saison verloren das ist natürlich nicht unbedingt der beste start aber es war ein bisschen unglücklich dass dort unser schlachtschiff einfach ein bisschen zu schnell zu viel schaden kassiert haben und dann haben wir am ende auch nicht mehr standhalten können gegen eine überzahl aber wie gesagt wir haben auch keinen stern verloren das ist dann natürlich halb so wild und ja wenn ihr noch Fragen habt schreibt es gerne in die kommentare mein discord server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten mal leute haut rein ciao ciao